Unsere EU befindet sich in der größten Krise ihrer Geschichte. Damit wir aus dieser voller Kraft zur Veränderung wieder hervorkommen können, müssen wir jetzt die Weichen für das zukünftige Europa stellen. Für ein Europa der Rechtsstaatlichkeit, die auch Grundvoraussetzung für die Vergabe von Geldern sein muss. Für ein Europa der Zukunft, das Digitalisierung fördert, ohne dabei auf die Menschen zu vergessen. Und für ein Europa der Menschlichkeit, das Menschenrechte und das gelingende Zusammenleben aller ins Zentrum seiner Politik stellt.